Willkommen zurück bei Common Conquer. Die Mission ist nicht so einfach und ich werde mir gerade hier nochmal kurz die Musik starten. Soundstörungen. Zufall an. Nein. Start. Zufall an. Ach egal. Weiter. So, unser Kommando-Bot ist schwer verletzt und ich hoffe, das klappt trotz dessen mit dem, auch wenn ich eher denke, das wird nicht so gut klappen. Lieber würde ich die Mission nochmal neu starten. Aber vielleicht haben wir hier Glück. Das ist das bisschen Leben, was er hat. Das ist schon ein bisschen sehr wahre. So, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir die Fliegerwehr wirklich zerstören müssen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber es ist bei uns natürlich einiges. So, ich werde ihn auch nochmal kurz umbringen. Das Problem hier oben ist die Flutabwehr. Und wenn ich sie zerstöre, dann kann es sein, dass da jemand rauskommt. Und der bringt sofort mein Kommando-Bot natürlich um. Ja, wie ich es mir dachte. Gut, ähm, machen wir die müssen nochmal neu. Brecht sich mal alles ab. Möchten sie eine neue Beginn? Ja. Gut, da mal fix. Wir kennen die Mission. Oh, und jetzt kriegen wir da raus, dass ich nicht mehr zu uns einreißen. Gut, rüber. Den haben wir auch gesehen. Und den hier. Sehr schön. Hier hinter ist noch einer. Jetzt, ihr kennt, das sind nur zwei. Kommt nur her, schon dabei. War hier nicht noch einer? Schon dabei. Ich bin mir zu sehr sicher. Okay. Stören wir das mal? Ach, du weißt, wir töten. Ah, mein Gott. Jetzt sind wir zwei Sechse verloren. Den da linken und den hier. Gut, jetzt, glaube ich, haben wir alle besiegt. Wir stehen. Werden sie nochmal. Ja, ist keiner mehr da. Ich hoffe, da kommt auch keiner raus jetzt. Natürlich, sogar zwei. Haben besiegt. Ich warte mal auf unsere Luftunterstützung. Diesmal brauchen wir auch mehr Energie. Vielleicht noch 50%. Naja, 50% ist auch nicht so viel, wie gesagt. Das Problem ist halt eben mit dem Zerstören von Gebäuden. Das ist ja leider welche rauskommen können, die ja dann anschließend mein Leben schwer machen, weil ich die nicht sofort attackieren kann. Ich bin nicht raus mit dir. Ich bin jetzt rüber. Und hier oben haben wir die Fugabwehr, die haben wir jetzt schon gesehen. Die werden wir mal kurz an. Ich bin jetzt dran. Ich krieg gerade mit, ich hab überhaupt nicht meinen Timer aktiviert. Ich weiß also nicht, wie viel wir jetzt bisher geschafft haben und davor. Aber jetzt muss ich nur so 3 Minuten. Kommen wir jetzt zur inne. Und komm nochmal, nicht so krass. Okay. So, da ist einer. Das ist ein zweiter. Und hier hinten ist noch einer. So. Ich krieg sie da noch ein, aber es ist schon gleich nicht so. So, jetzt haben wir auch genug Energie, um das zu stören und nicht um zu sterben. Aber wir haben jetzt hier wieder Energie, Mast und Mast verloren. Und wir haben hier noch ein Fahrzeug. Jawohl, schau auf! die zählten wir auch noch kurz schon dabei dann kommen wir hier runter vielleicht mit am besten ich weiß halt nicht wie die Flugabwehr sonst hier dann näher ist ja Sir, werden erledigt kein Problem weil das wenigsten wir der Patrouille ausweichen können jawohl, Zahn stetigt wie viel lang fährt, man sieht ja die Jeeps stetigt und diese ist schon ziemlich hart so so nein, du bleibst hier, Felix oh Gott Junge, Junge, Junge schon dabei schon dabei schon dabei schon dabei schon dabei hier unten muss irgendwo die Basis sein hier war der Hintereingang dazu schon dabei so weiter höher geht es nicht schon dabei kein Problem hier nochmal kurz hier reingehen falls hier irgendwo eine Patrouille ist schon dabei jetzt ist hier noch einer hier ist der Hintereingang der Basis auf jeden Fall nur von einem Infanteristen beschützt ja, dann werden wir schnell zerstören jetzt müssen wir aufpassen alles eine Frage der Spann erledigt Flammenleute gut ah, hier haben wir unverdrehen ich glaube wir müssen das Gebäude hier und wir müssen es zerstören kein Problem Ok, hier ist kein Gebäude in der Mitte kein Problem wozu der Versitzel erreicht wird erledigt Aaaa Hilfe eine nein kein Problem Nein, zerstören wir alle Kraftwerke freezing Ein Rind einsatz ziel терри Einsatzziel erreicht ok es hat mich gereicht die Firma ich habe치는 financially Also nicht ich weiß nicht ob das richtigkommt aber halt weil ich mächtere exzude hins priverapeut Tмов gut ja erführung 66% effizienz 100% verluste GDI 1 gut, so habe ich die Mission auch noch nie abgeschlossen Notgebäude verloren 4 gut, damit wäre das Mission 6 vorbei schauen wir mal so, GDI-Vorschritte ein bisschen mehr gucke ich gerade aus ok, haben wir das hier gerade befreit gut, haben wir doch gerade eigentlich, aber machen wir nochmal tschüsschen so, weiter Commander, gab es da Unklarheiten mit dem letzten Befehl? wir wollten, dass Sie alles ausschalten, aber NOT hockt immer noch da wir können Ihnen jetzt eine komplette Einheit zur Verfügung stellen, aber diese Mission muss dafür auch klappen beseitigen Sie alle NOT-Kampfbots und Installationen, was immer Sie finden und reprogrammieren Sie Ihre Droiden erbeutetes Tiberium ist mit äußerster Sorgfalt zu transportieren es scheint einen negativen Einfluss auf Bots und Menschen auszuüben Ende Tch 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 Hilfe! 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 Das ist doch schwach für mich! Jetzt hören wir mal die ganze Fahrzeuge zu stürzen. Mann, 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 was wir hier schon wieder zu tun haben, ist ja nicht herrlich. Einheit verloren. Einheit verloren. Und sie nochmal zu stürzen. Gut, haben wir wenigstens die Bestattenkranze noch bei uns. Verschleifungen sind eingetroffen. Jetzt können wir mal umschauen, ob wir irgendwo Ressourcen finden. Ich glaube, ein weiteres Mord so viel. Ich habe dort in der Nähe, genau, oder am Ball Tiberium. Scroll-Action! Dann bauen wir hier unsere Basis. Wo die andere Basis, die hat sich nicht groß verändert, sind bloß paar neue Einheiten dafür gekommen. Aber sonst wisst ihr ungefähr, wo die Basis ist. Hier, Feuerzeug. Hier mehr. Neue Bauoptionen. Ach so, hier war ja dieses Kleidzländige irgendwie. Jawohl, Sir! Versteintig! Jawohl, Sir! Recheraut! Recheraut! Tun wir den Zweiten. Recheraut! Okay, hat er gemacht. Ich glaube nicht, hier oben war es besser gewesen. Recheraut! Mehr Tiberium sind ja nicht ganz sicher. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. Recheraut! Jawohl, Versteintig! In Ordnung! Recheraut! Recheraut! Zurück mit dir. Jawohl! In Ordnung! Jawohl! Versteintig! Ich würde ihn trotzdem gerne mal überfahren. Jawohl, Zahl! So, ob es von dem kein Schaden machen kommt. Und hier. So, Robo-Kaserne. Jawohl, Zahl! Versteintig! Und dann werden wir mal einen kleinen Infanterie-Einheit nachher bestellen. So. Neue Bauoptionen. Ach! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl! Jo. Nerven kann man, ma. Und wir haben zum ersten Mal verteidigste Wachtürmer, die aber eigentlich nur wegen Infanterie gut sind. Und nicht gegen Fahrzeugung. Jawohl, Sir! Wir haben mal als nächstes überlegt gerade, bauen wir eine Waffenfabrik. Ja, bauen wir eine Waffenfabrik. Jawohl, Jawohl! Jawohl! Der Panzer ist doch ziemlich stark angeschlagen schon. Und wie kann man einen Granadier bauen oder so? Ah, nee. Wir bauen einen Wüstenjäger anschließend, wenn wir die Pfaffenfabrik fertig haben. Oh, und dann gucken wir nochmal nach, ob wir nicht zufällig nochmal irgendwo Tiberium finden, was ich glaube ich im Lord nochmal war. Damit das nicht ganz gut wäre, weil wir haben hier nicht so viel. Wir haben zwar jetzt schon am Anfang noch ordentlich Ressourcen, aber das wird sich relativ schnell erledigen. Und dann müssen wir uns was anderes suchen. Okay. Vielleicht haben wir es fertig gebaut. Oh man, schon nicht einfach. Ich finde, der Sammlung schlingt auch ordentlich. Es ist schon voll, aber trotzdem. Ich glaube, wenn er über ein Feld von dem ist, ist er ungefähr drei oder vier gefüllt und das war's dann. Und wir brauchen aber schon wesentlich mehr. Wir wachsen einfach zu langsam. Wenn man alles abgeerntet ist, ist immer alles abgeerntet. Man bräuchte dafür speziell Tiberiumbäume. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Schock auf. So. Nein. Was tut sich? Es ist die Beeren. So. Ach man Jungs. Überfahren einfach. Dort kommen schon wieder Einheiten. Bereit. Neue Bauoptionen. Jawohl. Recher auf. So. So. Bis auf die Raketentruppen bräuchte ich eigentlich keine Angst haben. Kommt sich aber schon wieder Raketentruppen an. Ich glaub das wird auf jeden Fall ein Fail werden die Mission und ich glaub beim nächsten Mal müssen wir noch neu starten. So. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So. Dann zerstören die auch. Konstruktion fertig. Jawohl. Zwei Problem. Ich zerstören die auch wenn Tiberium fällt auf. Das nervt mich ein bisschen. Wird gebaut. So. Und wir haben hier. den M1A1 Panzer. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Abrams Panzer. So. Jawohl. Ein bisschen was. Jawohl. Recher auf. Gut. Wir machen mal los. Wir könnten auch versuchen Wachtturm hier unten hinzubauen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ein bisschen gegen die Infanterie. Jawohl. 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 Sammler produzieren, wenn ich mir sicher bin, dass hier oben ein Feld ist. Und dieses ist auch relativ. Ja, sagen wir so. Schützer. Ach man. Also hier oben ist auf jeden Fall ein Feld. Okay, die haben wir auch besiegt. Ich glaube, es ist aber auch leider dasselbe Feld. Äh, was? Haben wir noch einen Wüßleger gebaut? Ich weiß sie gar nicht. Wollte ich das überhaupt? Ich glaube, dasselbe Feld muss auch die anderen benutzen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Dann bauen wir uns noch einen Sammler. Einheit verloren. Okay. Kein Problem. Einheit verloren. Nein. Jawohl, breche auf. Nein, nein, nein. Breche auf, breche auf. Gut, ähm, wir bauen unser Wachtturm noch dahin und dann würde ich sagen, macht wie vor heute Schluss. Und schauen, wie ich zur nächsten Mission alles gerissen bekomme. Ist da, euch noch ein schöner Tag. 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 Jawohl, nein. Obwohl, das tut auch noch mal kurz. So. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Stimmt. Ich kann doch kaum Reichweite, sehe ich gerade. Also, die Prickern sind die nicht, muss ich gestehen. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschau. Und es tut's gut.